Alright, zweiter war auch ein absoluter Reihenfall, Digga, deswegen, äh, ja, würde sagen, wir gehen in den Superbonus rein, oder? Rein, 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 rein. Halt rein da in die Olga, ich nehme zwei... Alarm, Alarm-Chat, let's go. Letzter Superbonus bei Gruppe 1, Gruppe 2 belief, Digga. Bin gespannt, wer den Besseren macht, let's go. Schlaucher packt Sachen für Thailand, Digga, der Typ hat nicht mal genug Geld, um sich seinen verfickten Superbuy in seiner Drecks-Extra zu kaufen. Thailand. 1, 2, 1, okay. Rein, 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 rein und jetzt... Oh, nein! Der muss doch hier Blue machen, der Nutten. Okay, Sammeltorpede und nicht zu früh verschießen. Wiederbrattern im Bett. Blau, full, oh, Digga, wieso nur X2, Multi, X-Ratchy rein, der war big. Nice, 153, let's go. Ja, ja, nochmal, Mine. Spins wäre jetzt Baba. Ja. Schlecht. Grün. Ja. Schade. Alright, Baby, 3x Multi, schon mal was, Digga, es ist in Ordnung. Fuck, Lila vorne wäre Baba. Er muss ihn aufmachen, er muss ihn bitte aufmachen. Mehr Torpedos, mehr Torpedos. Ja, noch ein Torpedo auf die 3, Baby, do it. Multi hoch. Letzter Spin. Stark, Digga, ich hab' wieder ein bisschen was. Nochmal 40 rein. Oh, ich hab' einen richtig stabilen 12,48 Euro. Oh. 12,48 Euro nur? Okay, ich kann noch den Torpedo kriegen. Bitte Torpedo jetzt hier auf die 4. Come on, Baby. Gunn den scheiß Torpedo hier noch rein, Baby. Please, come, gunn. Oh, plus zwei Spins auch nochmal, Digga. Holy shit, okay. Okay, here we go. Torpedo, du Nutten. Grün full. Och, Digga. Wieso ist er denn so? Aber der zahlt auf jeden Fall bei mir, Digga. 65 rein. Elfte ist schon Money back, komm jetzt Torpedo. Kein Wunder, dass du den letzten Krieg verloren hast. Er gönnt diesen. Äh, TOS wieder. Ja, oh mein Gott, Digga. Holy shit, X-Nudge auf die gelben, du Wichser. Digga, ich brauch den Torpedo rein und er macht ihn nicht, ne? Egal, aber, oh shit, 829, let's go, man. Alright, Baby. Ich glaube, es hat sich hier entschieden, Sarjnaviat. Sag mal kurz, wie viel du gewonnen hast. 12 Euro. Bei mir fast. Fast genauso viel. Rat mal, wie viel ich? 14. Oh, es ist 159. Ja, Glückwunsch. Juhu, Baby, let's go. Wir sind bei einem 9-7-Jet. Klebe den. Zweites Duell geht auch an den... OG-Brattern. Bis zum nächsten Mal.